Ich will sehen, was packt und bei beide euer Zeug dahin. So. Und wie sieht es hier aus? 33 haben wir noch, 80 brauchen wir insgesamt. Wir hatten die nächsten Bäume und machen einen Abflug. Also im Holzmangel müssen wir uns keine Sorgen machen. So. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Noch eine? Flup, flup, flup. Tschüss, tschüss, tschüss. Und noch mal tschüss. Und da segelt auch alles nach unten. Oh, einer hat überlebt. So, dann geht es jetzt ans... Aufräumen. So, wir haben noch drei Steine und wir brauchen noch viele. Also nehme ich mir wieder die sechs. So, hier oben sind keine Stämme mehr, nur noch hier unten. So, ich habe noch 26 und brauche 23. Okay. Das heißt, ein paar bleiben übrig, aber wir brauchen keine neuen mehr dann. Perfekt. Dann planen wir hier schon mal den ersten... Black. Nein, den ersten Quarry. Okay. Okay. Nee, machen wir den ruhig bis runter. Dann bleiben zwar nicht so schöne Hügel wie hier übrig, aber das ist egal, da hinten in der Ecke. So, sobald mein Aufräumkomitee mit dem Aufräumen fertig ist, können sie dann wieder an den Quarry gehen. Weil jetzt haben wir definitiv Steinbedarf. So, sobald mein Aufräumkomitee. So, du. So, jetzt auch erstmal zum Aufräumtrupp. Und du lädst mal das Holz hier ab. Drei Stämmchen sind noch übrig. So, einmal darfst du noch. Dann ist nämlich unser Holz voll. So, dann ab zum Clean Up mit dir. So, die letzten Steinchen werden gebracht. Neun werden noch gebraucht, elf liegen noch in Lagerung. Ja. Okay. 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 So, dann transportiert ihr mal die Steine hier drum hin. So. So, den können wir wieder wegmachen. Und die Clean Ups können wir jetzt zum Quarry schicken. Auf dass sie uns wieder Steine bringen. So, das heißt ein paar Steinchen bleiben übrig. Also brauchen tun wir jetzt gerade noch fünf. Und ich sehe sehr viele Steine, die geliefert werden. Nämlich acht. Das heißt, drei bleiben übrig und gehen zurück. Bleiben sechs Steine übrig. Ja, das ist vertretbar. Zumal wir ja eh noch Steine brauchen. Ja, das ist gut. Und ja, bei dem Holz, was wir haben, könnte ich eigentlich die ganzen Baumstürme mal entfernen lassen. Nur denke ich, dass es dafür einen eleganteren Weg gibt. So, okay. Einen flatten Task. Den parken wir. Der ist aber jetzt zu hoch. So. Ich versuche das jetzt mal. Nein.